Kein schöner Land in dieser Zeit Der 8. Mai ist für uns kein Tag der Befreiung. Was hast du dort zu suchen? Wie oft noch? Wir fallen nicht auf. Wenn du dich versteckst, müssen sich nicht auch die Kinder verstecken. Das ist genau das, was dir am katholischsten so gefällt. Kannst du schön leiden und die anderen sollen es gefälligst auch. Stimmt es eigentlich, dass ich ein Jude bin? Natürlich bist du ein jüdisches Mädchen. Es ist nicht so einfach, eine Jüdin zu sein. Es ist viel zu viel Schreckliches passiert. Ist das für Berger? Hat Deutschland wieder Entschädigung zahlen müssen? Wofür eigentlich? Für Leute wie Sie, die immer noch frei herumlaufen. Es ist doch gar nichts passiert. Seien Sie doch nicht so nachtragend. Jetzt kannst du den Segen deines Papstes im eigenen Wohnzimmer empfangen. Urbi et Orbi. Und Lassi und Turi. Brennen soll er wie in der Hölle. Man soll doch niemandem was Böses wünschen. Es gibt auch Ausnahmen. Ich war so gutgläubig. Kannst du mir verzeihen? Mach das Fenster auf. Es riecht Gerechtigkeit. Tut mir sehr leid. Was genau? Alles? Was. 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 Fungi. Was. Vielen Dank.